Jeder Mensch möchte gerne glücklich sein. Das ist ja ganz logisch. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, er hat kein Interesse an einem guten und schönen Leben. Aber es gibt noch etwas Zweites, das wir Menschen gerne haben. Recht haben. Ja, ganz einfach. Recht haben. Mit der eigenen Meinung richtig liegen. Andere von der eigenen Meinung überzeugen. Ein Recht haben, ein Recht bekommen, das haben wir gerne. Es gibt nur ein Problem. Beides zusammen ist oft eine schwierige Kombination. Marschall Rosenberg, der Entwickler der gewaltfreien Kommunikation, da hat das eigentlich super gut, aber schon etwas provozierend auf einen Punkt gebracht. Er hat gesagt, willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides zusammen geht nicht. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides zusammen geht nicht. Stimmt das? Als ich den Satz zum ersten Mal gehört habe, bin ich nicht recht überzeugt gewesen. Und trotzdem, wenn ich so darüber nachdenke, merke, dass es schon etwas hat. Immer wieder bin ich selber in Situationen, wo ich mich tatsächlich an Art entscheiden muss. Entweder beharre ich jetzt auf meinem Recht, beharre ich darauf, dass ich richtig lege, dann verärgere ich mich gegenüber und werde selber frustriert, weil der andere meine Sichtweise nicht teilt. Oder ich verzichte auf mein Recht, Recht zu haben und gewichte Beziehung zu meinem Gegenüber, höher als mein Bedürfnis, Recht zu haben. Ich weiss aus eigener Erfahrung, rechthaberische Menschen können anstrengend sein. Und ich muss aufpassen, dass ich selber nicht zu häufig auch zu dieser Gruppe gehöre. Denn die Rechthaberei steckt schon ganz fest in mir. Aber ich spüre bei mir selber und beobachte so bei anderen, dass es unglücklich und einsam macht, wenn man nie nachgeben kann und immer das letzte Wort haben muss. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides zusammen geht nicht. Ich will lernen, immer wieder auf mein Recht, Recht zu haben zu verzichten. Ich denke, da drin zeigt sich auch wahre Grösse bei einem Menschen. Wer auch mal schweigen kann, wer eine andere Meinung auch einfach mal stehen lassen kann, der zeigt echte Reife und Grösse. Klar, nach wie vor möchte ich gerne Recht haben. Aber noch wichtiger ist es mir, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit den Leuten um mich herum glücklich zu sein. Schrauben. Vielen Dank.